Klima und Energie sind Megathemen. Als Primeo Energie sind wir direkt betroffen. Wir wollen auch einen Beitrag zur Energiewende leisten. Mit dem Visitor- und Besuchercenter wollen wir zukunftsgerichtet die Themen der Bevölkerung und vor allem auch den Schülerinnen und Schülern näher bringen. Wir haben nächstes Jahr ein 125 Jahre Jubiläum, das wir feiern. Wir wollen nicht nur zurückschauen, sondern vor allem auch in die Zukunft schauen. Und die neue Lernwelt Energie mit dieser Ausstellung und die Laboratorien zu den Themen Klima und Energie sind natürlich eine tolle Gelegenheit, dass wir zukunftsgerichtete Jubiläumsjahre das im Oktober eröffnen können. Wir sind überzeugt, dass mit dem Thema Klima und Energie, mit der Lernweltenergie der Neuen, dass wir die Glaubwürdigkeit von Primeo Energie unterstreichen werden und dass wir wahrgenommen werden, dass wir einen grossen Beitrag leisten wollen für die Energiewende für eine energiefreundliche Klimazukunft. Das Ganze ist im Jubiläumsjahr ein Geschenk an die Bevölkerung, an unsere Kundinnen und Kunden in der Region vor allem, aber vor allem auch an Schülerinnen und Schüler, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen möchten. Und last but not least natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.